Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr kennt uns ja schon bereits, wenn nicht, kennt ihr uns jetzt. Sarah und ich sind nun auf der zweiten Etappe des Leschwegs unterwegs. Die zweite Etappe verläuft von Lesch am Arlberg bis nach Steig. Diese Wanderung hat etwa 25 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Etappe so ist, dann kommt mit. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 haben wir haben. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.